Hallo, ich bin Ralf Borosius. Schön, dass Sie dabei sind. Heute im zweiten Teil möchte ich mit Ihnen gemeinsam über Dinge sprechen, die eine gesunde Ernährung, eine gesunde Lebensweise und als Konsequenz ein langes Leben frei von Krankheiten beinhalten soll. Ich habe festgestellt durch Beobachtungen, es gibt zwei Arten von Essern. Es gibt die sogenannten Allesesser, die sind relativ kritiklos und es gibt Qualitätsesser, die ernähren sich um einiges bewusster, weil sie sich die Dinge, die sie zu sich nehmen, sorgfältig aussuchen, denn sie wissen, dass Essen eine Konsequenz nach sich zieht. Die Allesesser sind daran nicht interessiert. Allesesser essen, wie der Name schon sagt, essen eigentlich alles. Hauptsache es schmeckt Ihnen. Wenn es Ihnen nicht schmeckt, essen Sie es nicht, auch wenn es noch so gesund ist. Es muss lecker sein, es muss satt machen und viel ist vielleicht auch noch eine Maxime. Wenig Essen ist für manche Menschen schwierig. Sie brauchen viele Mahlzeiten. Es gibt wohl Studien, die behaupten, dass einige Menschen bis zu achtmal am Tag etwas essen müssen oder zehnmal. Und das sind dann oft von der Industrie gefertigte, von der Industrie hergestellte sogenannte Lebensmittel. Die werden entweder schon vorgekocht oder in der Mikrowelle anschließend warm gemacht. Die beinhalten meist viel Zucker, Konservierungsstoffe und andere Mittel, um es haltbar zu machen, damit es auch in drei Monaten noch verwertbar sein kann. Von Pestiziden haben wir schon gesprochen. All diese Dinge sind kritisch, wenn es darum geht, diese Dinge zu verdauen und zu verstoffwechseln. Ein Allesesser kümmert sich darum nicht. Er macht auch keine Unterschiede zwischen pflanzlicher und tierischer Ernährung. Ein gutes Steak soll ja gesund sein, meint dieser Allesesser oder diese Allesesserin. Und ich brauche jeden Tag mein Stück Fleisch. Habe ich auch schon oft gehört. Dass aber 65 Prozent höher Raten an Darmkrebs diagnostiziert wurden bei Fleischessern, ist den meisten entweder nicht bekannt oder wird verdrängt. Erhitzte Kohlenhydrate sind für unseren Stoffwechsel und für unsere Kalorienzufuhr ein Problem. Die meisten Menschen, die regelmäßig Getreide essen, auch wenn es vermeintlich gesund ist, wie zum Beispiel das Müslimorgens und auch wenn es Vollkornschrot ist und so weiter, beinhaltet Kohlenhydrate in großen Mengen. Und das führt langfristig zu einer Taille, die wir eigentlich gar nicht wollen. Also wenn die Hüfte oder der Bauch anschwillen, ist in vielen Fällen Getreide mit im Spiel. Dazu kommt, dass bei erhitztem Getreide und auch wenn man es roh schrotet, da vielleicht nicht in einem solchen Maß wie beim erhitzten Getreide, tritt der Blutzuckerspiegel in Kraft. Also das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt und wir müssen über die Bauchspeicheldrüse Insulin ausschütten, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Und das führt langfristig dazu, dass wir eventuell zu einem Blutzuckerproblem kommen, sprich Diabetes, Gluten ist mit ein Faktor, der zu einer schlechten Verdauung führt, weil das Klebeeiweiß in Getreide oftmals den Darm verkleistert und die Nahrungsaufnahme über die Darmzoten behindert, aber auch der Verdauung nicht zuträglich ist, so dass meine Empfehlung, die der reduzierten Kohlenhydrataufnahme, folgt. Die Mengen an Kohlenhydrate kann man locker reduzieren. Diese hohe Sättigung, die durch Kohlenhydrate entsteht, ist oftmals übertrieben. Man wird nach einem Essen, Pizza oder einen Teller Nudeln oder abends ein, zwei Scheiben Brot mit was auch immer, Brust, Käse, Man wird danach müde und schlapp und träge. Die Energie wird fürs Verdauen gebraucht und steht anderen Leistungen und energetisch aufwendigen Arbeiten nicht zur Verfügung. Rohkost ist da ganz anders. Rohkost ist leicht. Rohkost lässt sich schnell verdauen. Rohkost hat wesentlich mehr Inhaltsstoffe, denn das Erhitzen von Lebensmitteln reduziert die Anzahl der Nährstoffe erheblich und wenn dieses Gemüse oder Obst oder wenn dieses Getreide auch noch mit Pestiziden und mit Düngern belastet wurde, reduziert sich die Zahl der Nährstoffe noch einmal. Das macht sich auch im Geschmack bemerkbar. Ich bin der Meinung, wenn Sie rohköstlich und biologisch angebaute Lebensmittel verzehren, ist das Geschmackserlebnis um einiges intensiver, denn Sie haben mehr Nährstoffe und null Pestizide. Das heißt, das, was durch die Pestizide an Nährstoffen abgetötet wird, steht Ihnen voll zur Verfügung. Und wenn Sie es dann nicht erhitzend oder nur schonend erwärmen, vielleicht bis 40 Grad oder 45 Grad, dann steht Ihnen das volle Potenzial zur Verfügung. Und diese Energie, die habe ich im Laufe meiner Heilung in den ersten zwei Jahren besonders intensiv ausgekostet, denn mein Körper war komplett verschlackt. Ich war komplett übersäuert. Ich habe dem Tumor und dem Wachstum des Tumors Tür und Tor geöffnet und habe nach dem OP und der Umstellung meiner Ernährungsgewohnheit darauf geachtet, dass so viel wie möglich von dem, was ich zu mir nehme, roh und wild ist. Und diese Energie, die ich damals gespürt habe und die ich bis heute spüre, diese Energie werden Sie mit gekochter Ernährung niemals spüren. Sie werden nicht in den Genuss kommen, eine solche geballte Ladung an Nährstoffen dem Körper zuzuführen, ihr Blut reinigen und bis in die letzten Zellen und Haarspitzen eine Energie spüren und eine Reinigung spüren, die einzigartig ist. Ich kann Ihnen das nicht besser beschreiben als umwerfend. Die Energie, die Sie spüren, wenn Sie Ihre Ernährung umstellen, wird Ihnen der Lohn für all die Mühen sein. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, alte Ernährungsgewohnheiten loszulassen. Damit habe ich gekämpft, mit der Brotsucht, mit der Glutensucht, aber auch mit dem Zucker. Der Zucker war ein großes Problem für mich. Die Mengen an Zucker, die ich konsumiert habe, das ist nicht leicht. Und Sie brauchen, ja, Sie brauchen wirklich Disziplin. Sie brauchen einen starken Willen. Und am besten ist es, wenn Sie schon, bevor Sie anfangen, verstanden haben, was Ihnen danach als Belohnung geschenkt wird. Und dieses Ziel darf man meiner Meinung nach nie vor Augen verlieren. Es sollte immer da sein. Das Ziel, dass man mehr Energie bekommt, dass man frei von Kopfschmerzen, frei von Migräne, frei von Arthrose, frei von Gelenkschmerzen und von vielen anderen Dingen auch, von denen Sie vielleicht jetzt noch keine Ahnung haben, aber die im Alter vielleicht auf Sie warten. Vielleicht Demenz oder vielleicht Krebs, wer weiß. Wenn Sie mit der Ernährung eine Verbesserung hervorrufen wollen, und das ist immer möglich, dann ist es auch die Willenskraft und die Anstrengung wert, liebgewonnene alte Gewohnheiten loszulassen und dafür neue Gewohnheiten ins Leben zu bringen und den Körper zu verwöhnen mit der höchsten Qualität an Lebensmitteln, die es auf diesem Planeten gibt. In der nächsten Serie, im nächsten Video, möchte ich mit Ihnen über das grüne Dreieck sprechen, um den Schritt weg von der Lebensmittelindustrie, weg von billigen Kantinen und Restaurantessen und hin zu selbstgemachten, hochwertigen Speisen und Getränken zu ebnen. Ich freue mich darauf, mit Ihnen darüber zu sprechen. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.